das ist ja voll blöd mal muss ich da schwimmen erst mal richtig skilln oder was gibt es noch als skill oder wo ist es denn swimming 37 prozent sollten wir eigentlich in der lage sein nach oben schwimmen zu können finde ich immer mehr als ein drittel so es gibt immer noch nicht denken wir hier entlang hier geht es an der volle hielt gegner der nähe jumping und archery hat sich erhöht eine riesenfledermaus aber das reicht mir auch das mal da jetzt habe ich eigentlich nicht mit dem bogen geschossen keine ahnung ok so dann jetzt werden wir uns wo ist es denn wie aus schwimmen wir jetzt hatten wir doch mal schnell luft hier noch mal speichern ok und jetzt hier entlang so nehmen wir den eisatronach auseinander so da kommt er hier gleich irgendwo dann könnte ich eigentlich auch mal hier portion of resistance frost trinken wenn wir eigentlich schon mal gegen ein eisatronach kämpfen das erste mal hier climbing mode kannst du gleich mal vergessen das ist nicht mal gesehen backstabbing erfolgreich er hat keine schätze ok so beeilen wir uns beeilen wir uns tufa vorbei so 72 gold ein paar gegenstände 48 gold und ein paar gegenstände und das war's ok dann oh ja sie heißt das irgendwie keine ahnung weiß auch nicht wie die auf den spruch auf den namen gekommen sind auf jeden fall geht gibt es hier sonst nichts also schnell raus bevor wir ertrinken die zeit haben wir leider nicht mehr bald wird es rot aber wir sehen ja immer wieder dass es da oben eigentlich aufhört wenn wir raus schwimmen könnten durch die decke hätten wir es viel einfacher aber egal oh jetzt ist es rot ach geschafft das wird gespeichert na gut da hinten kommen wir wieder zum ausgang dann würde ich sagen gehen wir hier zurück da haben wir gerade die mitte gesehen und jetzt sind wir oben na gut dann gehen wir dahin zurück weiter mit diesen gesamten abschnitt ok diesen gesamten abschnitt haben wir eigentlich schon durchsucht so hier zurück und hier da ja und jetzt ach hier bin ich durch die tür gegangen ok das heißt wir können jetzt nach rechts oder da nach oben gehen gehen wir mal hier rechts entlang wo kommen wir dahin wo kommen wir dahin ist das ein teleporter geht es nach unten es ist ein teleporter und da links ist ein geheimgang hier geht es oh ne load game rechts lang ich brauche eine andere waffe mit dem bogen wird es wahrscheinlich nichts also nehme ich die hier jetzt könnte ich eigentlich mal kurz vergleichen die hat 9 bis 27 9 bis 24 ok der hammer hat gleich einen grundschaden aber ich weiß habe jetzt leider keinen richtigen vergleich vielleicht sollte ich auch mal hier noch kurz speichern da muss ich nicht mehr verwechseln und den weg hinlaufen nein einmal habe ich doch getroffen er sieht uns auch nicht vielleicht sollte ich wirklich mal versuchen mit dem bogen anzugreifen wenn er uns nicht sieht er sieht uns wirklich nicht noch nicht noch nicht nein jetzt habe ich getroffen ja er ist gestorben ok dann waffe wechseln das ja auch 6 pfeile haben wir wieder 154 wie sieht es denn eigentlich mit stealth aus wo haben wir das stealth 93% geil das ist echt viel ok aber hier ist sonst nichts wir halten also da hinten den teleporter bei dem ich jetzt aber eigentlich noch nicht durch will speichern lieber gehe ich nochmal hier weiter und ziehe mich hier ein wenig um ok einen solchen weg hatten wir bereits da kenne ich mich oh oh da ist irgendein geist genau wie bei dem anderen weg left hand equipped und right hand equipped so nochmal speichern ok ok sein paralysieren hat zum glück nicht gewirkt aber ich habe genau gesehen wie er es gezaubert hat so der wird auf jeden fall nicht laden speichern der wird auf jeden fall gespeichert geister müssen immer gespeichert werden das ist echt krass mit denen oh 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 bitte steck fest bitte steck fest bitte steck fest steck fest steck wirklich fest bei dem speichern ha der hat eine gebets perle Ist das eine Gebetsperle oder was? Ein seltenes Symbol. Speichern. Ich höre den nächsten Geist bereits. Die Frage ist, geht es hier wieder einen Weg entlang? Oder ist das nur... Oh, aber hier ist kein Geist. Hier geht es also nicht weiter. Dann Waffen wechseln. Wir haben auch schon lange keine Zauber mehr gesprochen. Also keinen Angriffszauber mehr. Ja, ist ja auch klar, wir benutzen die zum Heilen eigentlich immer nur. Das Mana ist auch wirklich kostbar. Okay, wir könnten jetzt in den Teleporter gehen. Möchte ich aber noch nicht. Ich möchte lieber hier nach oben. Speichern. Vielleicht ist es ja auch nicht mein Teleporter. Das gibt es ja auch. Gab es hier einen Geheimgang? Nein. Bisher nicht. Wie wäre es eigentlich der perfekte Ort für einen Geheimgang? So wie das hier aussieht. Aber offenbar auch hier nicht. Ah, ein Skleckkrieger. Ich weiß noch, wie die so stark waren, dass wir die gegen die Zauber anwenden mussten. Eisen, Tanto, Eisen, Säbel. Nein. Und jetzt töten wir die einfach so. Nein, nichts. Mal eben speichern. Okay, und hier gibt es nur eine Tür. In der nichts ist. Okay. Dann gehen wir eben wieder zurück. Dann geht es hier offensichtlich nicht weiter. Das heißt, entweder gehen wir den ganzen Weg zurück. Bis zur nächsten Abzweigung, wo wir uns entschieden haben, welchen Weg wir nehmen. Oder aber wir gehen durch den Teleporter. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal durch den Teleporter. Aber vorher wird natürlich gespeichert. Das ist kein Teleporter. Na gut. Dann geht es hier jedenfalls nicht weiter. Dann gehen wir zurück. Wo geht es also als nächstes weiter? Gibt es hier eine Abzweigung? Hier sehe ich schon gar nichts mehr. Nein, hier ging es einfach nur nicht weiter. Also da links runter. Ah, von da sind wir gekommen, das weiß ich. Und hier waren wir noch nicht oben. Hier. Sind wir auch wieder fast am Anfang. Hier ist ja der Anfang. Das heißt, wir haben jetzt fast alles auf diesem Weg gesucht. Geil. So, dann speichern gehen wir dort hoch. Okay. Gehen wir mal da rein. Leider sind die auf einer anderen Ebene. Da kann ich sie nicht angreifen. Also nicht effektiv genug. Ah, nein, nicht schon wieder. Das ist Silberkurzschwert. Nein. Da hat es Knüppel auch nicht. Ach, zum Glück. Okay, ich könnte jetzt hier weiter. Ich will aber hier weiter. Da nach oben bin ich, möchte ich. Hier gibt es nur eine Tür. Hier geht es nach rechts. Und nach links weiter. Da gibt es noch ein Geheimgang. Hier. Eine Mumie. Oh. Hier. Könnten wir eigentlich mal... Right-Hand-Equip. Okay. Hat nicht funktioniert, so wie es aussieht. Schade. 344 Gold und... Nur ein Blatt Papier. Hat sich so an, als wäre hier nochmal irgendwie sowas. Hier gibt es nur den Aufzug. Das ist nicht mehr ein Aufzug. Das ist eine Falltür. Hier gibt es nämlich keinen Hebel. Dann kommen wir hier auch nicht weiter. Wir können da auch nicht nach oben klettern. Dann rüsten wir wieder um. So. Ich möchte gerne auf dieser Ebene bleiben. Also gehe ich nach links. Ich frage mich, wann wir endlich diesen Typen finden. Viel Zeit haben wir ja leider nicht. Was? Nein. Laden. Okay. Hier ist irgendwo ein Geist. Kommt der etwa hinter mir? Würde sich schon so anhören. Hier gibt es aber keine Türen. Da ist er. Mist. Der kommt von oben. Okay. Load Game. Wenn er von oben kommt, dann können wir ihn auch nicht so direkt angreifen müssen. Also erst einmal die Waffe wechseln. Okay. Noch sehe ich ihn nicht. Speichern. Kommst du jetzt? Nein, er kommt nicht. Da oben ist er gewesen. Load Game. Dann sehen wir doch mal ein bisschen nach oben. Da ist er. Ha. Daneben. Blöder Geist. Irgendwo höre ich noch einen. Aber ich hoffe, er ist nicht hier. So. Der wird auf jeden Fall gespeichert. Ich hoffe, er kommt nicht durch. Ja, er hängt. Schon. Schneller Ausrüst. Nein, er hängt nicht. An der Treppe hängt er natürlich. Der schießt garantiert nur geradeaus. Das heißt, ich muss ihn wieder mit dem Nahkampf fertig machen. Zum Glück. Da hängen die Geister immer. Die sind zu blöd, um nach unten zu gehen. Oder nach oben. Ah, okay. Äh, ja. Dem sein Leiche ist auch nirgends. Okay, nochmal Waffe wechseln. Ich höre jetzt immer noch ein Geist, allerdings sehr weit weg. Oh. Wo sind wir denn hier? Mal speichern. Der Geist kommt nämlich näher. Das Geräusch. Könnte ich hier was machen? Ich glaube, der ist unter uns, der Geist. Okay. Ist der unter uns? Ich habe ihn gerade gesucht und plötzlich ist er da. Oh nein, paralysiert. Der hat mir jetzt einen Schrecken angegeben. Plötzlich steht der direkt vor mir. Komm schon her. Wo bist du? Geist? Bist du da? Da bist du! Nein! Mist! Genau. Load-Game. Auf gar keinen Fall. Speichern. Vielleicht sollte ich aber gleich nochmal speichern. Wenn ich die Waffe ausgerüstet habe. So. Speichern. Wer weiß, vielleicht sieht er uns auch nicht sofort. Doch, sieht er. Ja, getötet. Okay, ich höre keine Geister mehr. Gar keine. Ich hoffe, das war der letzte. Hier gibt's auch keine Schätze. Aber speichern, dass ich den Geist getötet habe. Eine Falltür. Das sehe ich nicht. Nein, das sehe ich nicht. Nein, keine Falltür. Okay, dann geht es hier nicht weiter. Gehen wir einen anderen Weg. Nämlich da rechts. Hier entlang. Hier gibt's mehrere Wege. Oh. Safe-Game. Ich glaube, da kann man nach unten fallen. Tatsache. Wenn ich da jetzt so runterfalle. Bin ich hier. Klettern wir wieder nach oben. Climbing-Mode. Ja, komm schon. Geht doch. Hier ist eine Tür. Hier auch. Die ist verschlossen. Und die andere? Nichts. Gehen wir erstmal hier rein. Hier ist ein Hebel. Wofür der wohl ist? Speichern. Hm.